hallo leute und herzlich willkommen zurück bei ja hier haben wir es schon gekauft nein noch nicht okay dann verkaufen wir mal das gesamte schrott hier hat nicht gerade viel gebracht keine stärke vielleicht vielleicht kann ich das als nächstes anziehen gut dann kaufen wir stark lx trank und das reine lx akzeptieren das hatten wir vorhin nicht lasst dich nicht unterkriegen nein mache ich nicht so noch paar waffen noch dazu das war nichts ich wollte hacken so geht doch gut das war einfach hier nehmen wir einfach alles mit ja ich hoffe es stellt uns so haben wir hier schon alles halt dann mal hier mal da alles gehört jetzt uns uns ganz allein das ist elektro schottier so und hier was ist das für eine plattform da unten kommen wir da jetzt rein ja man kommt raus sehr gut so okay was haben wir hier so und das letzte spielte granaten super ok was haben wir sonst noch ich sage ich bin lass mal hier wer ok 40 schuss geschicklichkeit und wir zwei punkte trinke ich könnte das und dann könnte ich endlich diese zwei waffen benutzen ich könnte daraus aber sonst könnte gestiegen so hier giftresistenz ok jetzt können wir hier das kommt hier und das kommt hier anstelle davon so ok wie viele punkte hier auch für den kampf habe ich so gut wie noch nichts getan jetpack angriff und auch kein geld wie es scheint also was wollen wir als nächstes machen so hat sich ein aktiver verteidigen rafel zu vogelfrei gestundene gerätschaften ich den kerl erwische ok macht das so mit naja das könnten wir auch machen oder vielleicht auch nicht big bang so ist hier hinten könnten wir versuchen und das ist die hauptquest hiervon können wir noch nichts machen dann vor zwei großen städten und habe ich schon genug trittet ist thompson will ich nicht machen ab besser raketenboden ok und hier da war hat er fred nicht der vorsprung kann ich der wache dann mache ich es so dann aber bevor ich es vergesse hier macht welle macht stoß das war das soll ja die nehmen wir macht welle für sieben und hier fehlt ja ein bisschen mehr als nur zwei punkte oder so die ganze acht also gut ein punkt ja ohne geld können wir es ja eh nicht investieren giftresistenz und hier nichts oh ja ich wollte etwas essen so was essen wir drei davon und vielleicht noch wir müssen ja dort drüben hin mal sehen wie es läuft so schauen ob es gut läuft denn wir wünschen mir dass alles gut läuft sehr gut der erste feind den wir testen können sehr gut dann schauen wir mal wie die bazooka so ist so das sind ja starke dinge nehme ich mal an also müssen wir uns taktisch ranschleichen so 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 okay so So. Scheiße. Oh Scheiße. Ja. War zu. Zu erwarten. Gut. Dann gehen wir bis dringend weiter vorne hin. Ah, ein weiterer Gear. Achtung! Was war das? So. 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 Mal sehen was passiert bei Dauerfeuer. Mal sehen was passiert bei Dauerfeuer. und so. da kommt also im moment hat er keine chance jeder schoss wirft ihn um wieviel scheint das macht es die andere fragen macht das überhaupt schaden so er ist gestorben aber ob das die effektivste und beste art war das wage ich zu bezweifeln so dann hier rüber speichern haben wir vorhin gespeichert ich weiß dass man vorsichtig sein muss ja dachte es mir vielleicht um einen anzulocken ok weil so wenig leben ist über alles ja was wir gemacht haben ein bisschen so hier hat das irgendeine auswirkung auf unser verhalten werden wir besoffen wie ein heutiger köter so 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 hier Scheiße. Scheiße. Warum kommen auf einmal zwei entgegen? Warum kann es nicht einfach nur einer sein? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja, wenn wir es gemeinsam schlagen, musst du... Was machst du denn? So. Danke, dass du da warst. Vorsicht! So. Komm, komm. Komm. Nein, du fällst hier. Also, wenn wir alles einzeln machen, sollte es hier klappen. So. So. ja neue stufe sehr gut wir speichern und wir haben ein paar punkte zu vergeben übernehmen die nächsten punkt 50 und dann 40 so können wir es machen sollte jetzt auch mehr stärke haben kann ich jetzt eine neue waffe tragen stärke ist genug geschicklichkeit geschicklichkeit das nächste wird geschicklichkeit sein und zwar auf 53 das muss sein wo soll ich das moment nein dass das bringt mehr ist dass er hier speichern und den nächsten anlocken es geht los um zwei ja verdammte scheiße er will eigentlich nur einen anlocken ja 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 Lassen wir das nicht Warum ist sie nicht aufgestanden? Scheiße! Aber eigentlich war es gut Ein Feind einzeln zu bekämpfen war gut So So kommen scheiße ich war zu übermütig ich dachte mir jetzt können wir einfach muss rechnen aber nee 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 so vielleicht sollte ich hier haben wir da da strickt er so kommt So, und noch mal. So. Ah, na, komm her. Sehr gut. Es ist gerade schick gegangen, meine Schöne. Oh, oh, oh. So. 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 wenn er nichts zu machen zu den anderen okay gut geschafft dieser ripper haben wir jetzt nur noch die andere in frage kommt das könnte ein bisschen kniffliger werden gruselig du sagst es sehr gut so scheiße okay wir müssen kurz warten gut der ist tot ja wie schon oft gesagt es ist ja schiefgegangen du bist ja umgefallen das ist ja das problem ich will nicht dass du umfällst so jetzt ab zum letzten hier speichern und jetzt los so Los geht's! Ich liebe diese Fähigkeiten, die machen so viel Schaden. Leider ist die Abdeckzeit extrem. Kaya, mach hierhin etwas! So. Und der letzte Welt! Sehr gut. Na, endlich haben wir es geschafft. So. Endlich. Oh! Äh, hacken. Ah, sehr gut. Geh doch! Gut, alles meins. Oh! Ein Flammenwerfertypi! Uh! Hallöchen! Hallöchen! Hallöchen Popörchen! Was haben wir denn? Und der? Also, ich würde sagen, wir haben die sowas von platt gemacht. Wir können uns sowas von auf die Klöpfende Schultern nehmen. Das da vorne ist ja ein Händler. So. Gut. Dann würde ich sagen, hier, Bunker des Dukes. Dukes von fort. Hm... Gut, gut. Geld hat ja nicht genug. Aber zwei Punkte hier und hier ein Punkt. Ja, 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 ja. Und dann, es braucht noch ein bisschen... energie verstärker soja es ist sonstiges sim paket wird das doch noch nicht geben habe ich vielleicht zeit keine zeit ja wir gehen noch schnell sozusagen als letzte aufgabe für diese folge noch beim talk vorbei ich dachte wir hätten das schon gegeben aber wenn nicht dann hier woraus bestehen deine stimms woraus bestehen deine stimms aus allem was gut ist natürlich hauptsächlich aus elix 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 ist der grundstoff für jeden guten high aber aber keine angst von meinen stimms wirst du nicht emotionslos und kalt das elix dient nur als stoff träger für den direkten zugang zu deinen nervenbahnen meine stimms sind sicher okay gut kann ich die werkbank benutzen oder alles verboten gut dann würde ich sagen das war's für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal ciao